Faldir Schapari Hallo liebe Fight-Fans, neben mir der Gewinner des Clash-Tournaments, Faldir Schapari. First of all, congratulations, it was a very impressive, dominant performance. All the fights a little bit like a thriller at the end. It was close, but you earned the victory. So how does it feel? Yeah, I feel good, I feel good. I feel more good after two days before I come. I feel me a little bit sick and I stayed two nights very, very early in bed. And I think maybe 12, 13 hours I stay in bed because I was a little bit sick. I started the first fight and the first fight gave me a good feeling. And after the first fight I was a little bit tired. And when I started the second fight and really before the fight I was tired. So it looked in the first fight you dominated him very good in the first and second round. And then it looked you played a little bit safety to save energy. Was that the reason? Yeah, the reason was safety energy because I know I gave him two times down. And I can focus for one more down or I can focus when I focus for one more down. He can give me also a punch to my head. And I think very easy I'm gonna move. He can hit me, he cannot hit me. And he can give me not more injuries. And that's why I move a lot in the third round. And he missed a lot. Everybody was talking about that you and Semchi Bukeri will meet in the final. Did you think so before this tournament? Yeah, a lot of people say that also before. But really, you must fight the first fight. I concentrate myself on the first fight. And after the first fight I go to the second fight. And I don't concentrate to the final fight. Because it's very bad when you do that. You cannot fight. You cannot win. First you must win the first fight. And after the first fight, you're gonna look to your next opponent. And then you go to the last fight. I have to ask you that. You earned 25,000 euros. Yeah, man. Yeah, what do you do with it? Go first on holiday and relax? Yeah, I go always on holiday. But I put it in a good thing. There were many fighters here from Beast of the East team, MMA fighters. And what did you think about the whole team performance? Yes, we have a team feeling and we are a group. We have a big group. And the group Team Beast of the East, it's young because we started, I think, maybe three, four years ago with the team. And Team Beast of the East and Gym Super Pro, it's the same group. And the group will be bigger and bigger in the future because we are very young. It's a young group. My last question. What are your future goals? What do you want? Is there still a fight coming up? Yeah, a few days ago they called me for a fight in Holland. But we don't sign the contract because we must talk about a lot of things. Can we expect to see you one day in Germany again fighting? When they want me and because I fight now, I think, yeah, three times with the German guys. One guy was today, the other one was Tafik and the other one was Mohamed Goor. And maybe when they ask me and I have time for that fight, I can come. Because really in German it's growing up. I see the people, what's the fight? It's very, very good for myself also when you are a fighter. That you see you have a lot of supporters here in Germany also. I said the last question, but this is the last question. As a K1 fighter, what do you think about MMA? I like MMA. Sometimes I do also MMA in the gym. But only training, not a real fight. But when I look at the fights, I don't look before. Before I look only to the punches. Now I look at the technique. Yeah, yes, to the ground. I go and look how they put their opponent to the ground and how they make a choke or they make something else. But it's good. It's growing up also and I like it also. Wish you the best for the future and hope to see you soon. Thank you. Congratulations again. Thank you very much. Thank you. Thanks. Thanks, my friend. It's very good. If it was a good day to the hunger. It's very good. It's very good. It's great. I don't know. If it was a bad matter for you though. And you will know to be a good idea. If there's a bad idea. So you can be a good idea. That's perfect. It's very good. And you can't wait. bereits nach dem ersten Kampf oder während des ersten Kampfes hat er sich schon sehr schwach gefühlt und ja dann bin ich dann auch direkt auf den ersten Kampf zu sprechen gekommen, weil man konnte es ein wenig beobachten gerade in der ersten und in der zweiten Runde hat er seinen Gegner mehrfach niedergeschlagen aber ja dann in der dritten Runde hat er dann ein bisschen verhaltener gekämpft und er hat es dann auch begründet aufgrund der Erkrankung, dass er sich halt nicht so fit gefühlt hat und er sagte, er hätte es riskieren können, ihn ein drittes Mal niederzuschlagen aber wenn man dann sowas riskiert, dann nimmt man auch in Kauf, dass man getroffen wird und dann vielleicht ein wenig verletzt oder halt die Reserven ein wenig verausgabt, die man für den zweiten Kampf vielleicht braucht und darum hat er die etwas sichere Variante gewählt, weil er sich dementsprechend auch sicher war, dass er den Kampf mit Punkten gewinnen wird und ja, viele haben ja schon voraus prophezeit, dass er und Bikiri im Finale aufeinander treffen werden und dann habe ich ihn gefragt, ob er es ähnlich gesehen hat und er sagte, ja, das haben viele behauptet und es war auch nachvollziehbar, aber er hat von Kampf zu Kampf gedacht er sagte, man kann so nicht gewinnen, zuerst einmal muss man den ersten Kampf meistern, dann den zweiten Kampf und dann seine volle Aufmerksamkeit dem Finale schenken und so hat er es auch gemacht und es ist ihm ja auch gelungen dann haben wir über die Siegprämie, die 25.000 Euro gesprochen, was er denn damit machen würde und ich habe ihn dann gefragt, jetzt erstmal Urlaub und den Triumph genießen, er hat gesagt, er macht immer Urlaub, er macht gerne Urlaub aber er wird das Geld auch für einen guten Zweck, also halt für sinnvolle Sachen investieren und ja, wir haben dann auch nochmal über das Team gesprochen, es gibt ja das Beast of the East und das Team Super Pro es sind zwei Lager, aber es ist ein Team und darunter sind ja nicht nur K1 Kämpfer, sondern auch MMA Kämpfer und dementsprechend haben wir dann auch mal gefragt, wie er denn selber als K1 Kämpfer MMA sieht, ob er es interessant findet und er hat gesagt, er findet es sehr interessant und er trainiert es auch er kämpft zwar selber nicht MMA, aber er trainiert hin und wieder und am Anfang hat er nur auf die Schläge geachtet, auch auf den Boden, auf das Ground & Pound aber mittlerweile schenkt er sehr viel Aufmerksamkeit auf den Takedowns, den Chokes und ja, wie haben wir bestätigt, er findet es sehr interessant und ja, er hat, ich habe ihn gefragt, ob er dann auch nochmal gerne nach Deutschland zurückkommt und dort kämpfen möchte und er sagt, er findet es sehr schön, dass er dort sieht, jetzt MMA, aber gerade auch K1 dass er immer mehr supportet wird und die Leute auch ihn supporten und halt diesen beiden Kampfsportarten sehr viel Aufmerksamkeit schenken und sofern er denn die Gelegenheit bekommt, hier nochmal kämpfen zu dürfen und er hatte bereits gegen drei Kämpfer hier aus Deutschland gekämpft, ja, würde er das dann auch gerne machen und das war das Interview bis zum nächsten Mal